Ich kann mich nicht vergleichen und dies sollte meine Antwort gewesen sein auf alle Leute, die gemeint haben, die letzten sechs Jahre war keine in Klagenfurt. Aber ich freue mich. Also Sie haben es auf deutschem Boden den Deutschen gezeigt, so wollten Sie es ja auch machen. Ist das jetzt so ein Rennen, von dem Sie sagen, das hätte nicht viel besser laufen können, ich habe alles richtig gemacht oder gab es so Momente, wo Sie auch an sich gezweifelt haben? Ja, da gab es viele Zweifel heute. Das Schwimmen war, ich war der Letzte im Front Group und es war zu schnell und ich war so froh, dass die zwei Leute für mich die Gruppe schwimmen gelassen haben und dann war es ein bisschen langsamer, aber das hat mir besser gefallen und dann auf dem Rad, es war schwer und dann mit den Regeln, es war kalt und viele Stürze und dann fliegt der Kinder vorne weg, muss man versuchen, die wieder zu holen und dann bleibt er 20 Minuten Pressure machen im Marathon. Das war auch nicht schön von ihm. Sebastian, möchten Sie sich dazu äußern? Er ist gerade in anderen Interviews verwickelt, vielleicht klärt er das nachher nochmal. Wann haben Sie dann das erste Mal gespürt, dass Sie tatsächlich heute hier als Sieger auf den Römer einlaufen? Sie haben erst so in den letzten zwei Minuten dann auch die Siegerposen dem Fernsehen gezeigt, aber wann war es das erste Mal so drin, dass Sie gespürt haben, ja jetzt holt mich keiner mehr? Na ja, zuerst war es von drei wieder untergegangen bis zwei Minuten und dann sah es nie gut aus, aber wenn es das dann wieder gesteigert hat bis drei, vier und dann fünf Minuten, ja, dann wusste ich, okay, ich kann jetzt eine Minute pro Kilometer verlieren und das sollte reichen. Wir können uns den Zielerlaufgarten nochmal anschauen. Ja, so sieht das aus, wenn Marino von Hohenhacker in Frankfurt auf den Römer läuft und genießt, dass er im Jahre 2012 Europameister geworden ist. Sieht gut aus, oder? Sieht nicht schlecht aus, nein. Schöne Schule. Vielleicht zu diesen Schulen noch ganz kurz ein Wort, das ist ja eine Sonderanwärtung. Und für Sie ist das tatsächlich etwas, was Sie dann im Rennen nochmal wirklich spüren? Ja, also es war, also wir haben uns alle gefangen vier, fünf Minuten. Wir haben alle in Wänderen, die Gänze, eine Triankländer, die Gänze erreicht. Wir sind der Hinterzieh, Gratulation an Marino von Hohenhacker, und Ehre mit Ehre gebührt. Stefan Lutskowitsch, 8 Stunden, 31 Minuten und 31 Minuten.